Hallo Leute, eigentlich wollte ich heute kein Video machen, aber naja, ein bisschen Spaß muss sein. Breaking News, da muss ich doch gerade mal auch mitten in der Nacht noch ein Video machen. Also gerade geht es hier richtig rund, ob das der Anfang einer Trendwende ist, man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall macht gerade ein Artikel die Runde, ein Artikel wie man ihn so vielleicht schon lang nicht mehr gelesen hat. Und deutlicher geht es dann kaum noch. Um 22 Uhr titelt die Bild-Zeitung, das Asylversagen ist Merkel-Versagen. Es wird von enthüllten Dokumenten gesprochen, die eigentlich unter Verschluss bleiben sollten, welche belegen, dass lange bekannt war, dass es hier zu einem Chaos führen muss, die Bearbeitung nicht nachkommt und es in einem Zitat Desaster enden muss. Dass dies Frau Merkel absolut klar war und man trotzdem heiter weiter, wir schaffen das, verkündet hat. Abschließend tut dieser Zeitungsartikel nicht minder spektakulär und zwar mit den dick gedruckten Worten, diesen Skandal wird sie nicht aussitzen können, diese Suppe muss sie selbst auslöffeln. Als Zeichen für, ich hab's verstanden, sollte sie dafür sorgen, dass es wieder echte Grenzkontrollen gibt. Denn eines sei jetzt klar, wer erstmal drin ist, der geht nicht wieder. Harter Tobak. Man darf gespannt sein, ob dies der Beginn einer Trendwende ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020